Ich wünsche mir für das Jahr 2020, dass ich an den Grand Slams so weit wie noch nie komme. Mehr möchte ich nicht verraten, einfach mal so weit wie noch nie. Für alle anderen, die Tennis spielen, für die ganze Tennis Schweiz, für Jung und Alt, dass sie einfach Spass haben am Spiel, dass sie das geniessen und noch für den FETCUB, dass wir super viele Zuschauer haben, dass viele uns zu supporten können und wir vielleicht den FETCUB gewinnen können. Vielen Dank.